ja ihr lieben das war es das war resident evil 7 mein erstes let's play ist somit beendet ich fand diesen teil super ich mach es kurz ich fand ihn super es war alles dabei zwischen subtilem horror bis hin zu gore die atmosphäre hat für mich gepasst es war spannend und das spiel hat hat mich vielleicht der ein oder andere ist ja noch in erinnerung das spiel hat mich zumindest ein paar mal eiskalt erwischt und ich habe mich richtig erschrocken das passiert mir auch nicht so oft von daher für mich hat dieses spiel alles richtig gemacht das einzige was man jetzt ja wo man jetzt meckern könnte wäre vielleicht die gegner variation war jetzt nicht so vielfältig wie in anderen teilen aber mich hat das in keinster weise gestört ich fand capcom ist oder ich finde capcom ist hier mit dem siebten teil auf dem richtigen weg und ich hoffe dass sie hier diesen kurs beibehalten ich würde mich freuen wenn sie diesen kurs beibehalten und ja hier wird auf dem kanal auf jeden fall auch das erste addon oder der erste dlc der auch kostenlos ist der wird hier gespielt werden da freue ich mich auch jetzt schon drauf ich würde mich freuen wenn ihr vielleicht in die kommentare schreibt wie ihr das spiel gefunden habt es wäre natürlich auch cool wenn ihr schreiben wird wie ihr mein erstes let's play gefunden habt das würde mich natürlich auch sehr interessieren ist ganz klar ich bin auch für kritik offen für anregungen offen schreibt einfach was was ihr meint ich würde mich darüber freuen ja in zukunft wird es hier auf jeden fall auch regelmäßig let's place geben ich habe mal geschaut was alles released wird in diesem jahr und was ich jetzt schon sagen kann zwei spiele die zu 100 prozent hier bei mir gespielt werden ist mir zwei und 32 also die werden definitiv hier gespielt werden es dauert ja nicht mehr als lang bis die spiele rauskommen eventuell nio das möchte ich mir noch mal anschauen und ansonsten kommt hier auf dem kanal in regelmäßigen abständen content halt so entweder zu spielen oder auch zum thema musik bei der sparte musik wird es sich größtenteils um elektronische tanzmusik handeln in diesem bereich wird da einiges kommen ich will das in art best of machen ja gut das war's bis hierhin wenn es euch gefallen hat dann würde ich mich freuen wenn da vielleicht ein abo da lasst oder wenn es euren freunden weiter erzählt dass hier let's place stattfinden und bis dahin bis zum nächsten mal wünsche ich euch eine gute zeit ich hoffe wir sehen uns bald wieder macht's gut bis dahin und ciao